Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Godzilla Video beziehungsweise Kong Video. Ich will euch erst mal, bevor ich jetzt hier anfange, das Ganze mal so ein bisschen euch zu erläutern, was ich jetzt vorab mit dem Kanal, ganz herzlich danken für euren extrem geilen Support. Innerhalb von zwei Tagen, es waren weniger als zwei Tage, haben wir es geschafft von 35 auf 80 Abonnenten hochzukommen und das war schon echt heftig. Also damit habe ich niemals gerechnet, zumal ich ja mit der Erwartung an die Trailer Reaction rangegangen bin, jetzt wirst du erstmal richtig zerpflückt werden von den ganzen Godzilla und Kong Hardcore Fans. Das ist aber gar nicht passiert. Ihr habt das Ganze recht cool mit aufgenommen, ihr hattet wirklich Spaß dran zu diskutieren, ihr habt auch mir ein paar Sachen erklärt, ihr habt mir Links geschickt, ihr habt mir Quellen geschickt, ihr habt wirklich mich da mit so reingezogen in dieses ganze Universum. Was mit ein Grund dafür ist, dass ich mir gesagt habe, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt diese Thematik in den Fokus meines Kanals erstmal rücken. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich noch nebenbei machen werde, aber das Thema Kaiju generell werde ich jetzt erstmal in den Fokus dieses Kanals mitnehmen, weil auch mir das total Spaß macht, mit euch dazu diskutieren. Ihr macht das alle total sachlich, es gibt jetzt hier keinen, der großartig ausgegrenzt wird, weil er ein Kong Fan ist oder weil er ein Godzilla Fan ist. Ich bin eh der Meinung, Godzilla Fans sind wahrscheinlich die friedlichsten Fans, die es überhaupt gibt. Ich habe mir da mal so ein paar Videos angeschaut von so, es gibt ja diese Godzilla Conventions sogar. Es gibt keinen Godzilla Fan, der irgendwie ausflippt, wenn einer mal sagt, ey, der Godzilla Film ist eigentlich voll scheiße. Godzilla Filme sind ja irgendwie schon trashig und Godzilla Fans wissen das. Und deswegen nehmen die das alles sehr, sehr krass mit Humor. Das ist, ich glaube, wenn die ganze Welt Godzilla Fan wäre, dann gäbe es Frieden. Außer wenn einer ankommt und sagt, er mag Kong mehr, kriegst du halt auf die Fresse. Das ist halt dann so. Umgekehrt aber genauso. Aber Spaß beiseite. Ich fand das wirklich unfassbar geil. Ich habe sogar auch Kommentare dann gelesen, wo mir dann empfohlen wurde, bitte auch über Jurassic World 3 eine Reaction zu machen, weil es so viel Spaß macht, hier mit den Leuten zu diskutieren. Und es kommt auf jeden Fall. Jurassic World 3 kommt auf jeden Fall. Da bin ich aber wesentlich mehr in der Materie drin, als jetzt hier bei Godzilla. Kommt aber auf jeden Fall. Und wie gesagt, bin ich jetzt auf jeden Fall total gefreut, dass ich jetzt hier wirklich irgendwie so eine kleine Community losgetreten habe, die sich anscheinend besser mit der Materie auskennt als ich selbst. Und die mir auch dabei hilft, mich da jetzt so ein bisschen einzufinden. Und das werde ich jetzt machen. Der nächste Content, die ganze nächste Zeit wird sich jetzt um das Thema Godzilla und Kong drehen. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich das am besten geliedern möchte. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass ich zuallererst mal das Thema Godzilla in den Fokus setzen will. eben um mich einfach Godzilla mal so ein bisschen alleinig anzunähern. Das heißt, Kong wird erst mal außen vor stehen. Es wird noch ein Video dazu geben zu den beiden. Das wird dann eben das nächste Video werden. Und ab dann wird dann hier unten das Emblem Team Godzilla eingeblendet werden. Und ab dann ist auch jeder Kong-Fan einfach automatisch scheiße. So, das wird so eingeführt. Wenn ich dann mich mit dem Thema Kong befasse, wenn Godzilla abgehakt ist, drehen wir den Spieß eben dann gerade um. Ihr seht schon, ich gehe sehr konsequent mit diesem Kanal um. Und so wird das Ganze eben dann gehandhabt. Das heißt, erst mal werde ich Godzilla komplett unter die Lupe nehmen. In allen möglichen. Ich werde mir die Godzilla Filme angucken. Da habt ihr auch ganz viele Vorschläge gemacht. Ich habe von Jason666 Warhees, habe ich den Rat bekommen, mir doch mal den alten Godzilla vs. Kong Film zuerst anzuschauen. Macht für mich auch Sinn, weil der Film ja als nächstes in den Kino starten wird. Und deswegen werde ich mit diesen Filmen die Woche auf jeden Fall noch angucken. Und ab dann werde ich wirklich chronologisch die Godzilla Filme mir nach den Jahren gelistet anschauen. Das heißt wirklich vom allerersten Godzilla Film bis hin zu den neuesten. Und ich denke mal, dann bin ich relativ gewappnet. Und da wird es dann noch sehr viel Diskussionsbedarf geben. Und ich möchte einfach, dass ich spätestens, sobald der zweite Trailer erscheint, dass ich da ein bisschen gewappneter bin tatsächlich. Weil sehr viele von euren Theorien stammen tatsächlich auch aus alten Filmen. Und da kann ich überhaupt nicht mitreden, weil ich davon keine Ahnung habe. Finde es aber sehr interessant. Und einfach als kleines Dankes Video möchte ich nochmal auf ein paar Kommentare von euch eingehen, die sich auf den Trailer auch beziehen. Und keine Angst, danach war es das erstmal mit Diskussion über den ersten Trailer. Über den zweiten kommt dann natürlich auch noch was. Ich suche mir jetzt gerade mal die Kommentare raus, die ich vorlesen möchte. Wir haben nämlich einmal hier einen Kommentar von Jesus Christus. Und er schreibt, also ich hätte da auch eine Theorie. Und zwar denke ich, dass Godzillas seltsames Verhalten etwas mit Mothra zu tun hat. Was ganz Neues habe ich noch nie gehört, dass das in Zusammenhang gebracht wird. Aber er erklärt auch warum. Bevor ihr mich steinigt, hört mir erstmal zu. Aus King of the Monsters wissen wir, dass Godzillas und Mothras Spezies schon Ewigkeiten eine besondere Verbindung zueinander haben. Und in dem Abspann sieht man, dass Mothra ein Ei hinterlässt. Ich denke, dass Godzilla das Ei beschützt hat. Doch dann kam Mechagotzilla und hat Godzilla besiegt und das Ei zerstört. Also wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Sollte es wirklich so sein. Glaube ich aber nicht, dass Mechagotzilla direkt kommt und das Ei zerstört. Ich bin irgendwie noch fest der Überzeugung davon, dass wir den Godzilla, den wir im Trailer sehen, dass das auch wirklich der richtige Godzilla ist. Und nicht Mechagotzilla. Ich glaube, dass Mechagotzilla nur dafür da sein wird, die beiden Giganten, die beiden Könige, obwohl Kong ist wohl noch kein König, habe ich mir auch aus den Kommentaren gemerkt, er ist noch Kong und noch nicht King Kong, aber dass diese beiden Gewalten aufeinander losclashen. Dafür wird Mechagotzilla wohl im Mittelpunkt stehen, dass er die beiden eben gegeneinander aufhetzt. Und ich hoffe mehr aber auch nicht. Ich habe mich da wenig reingelesen, aber ich weiß, dass Mechagotzilla im Original wohl irgendwie auch von Aliens gebaut wurde. Hier kam dann die Theorie in meinen Kommentaren auch, dass es wohl mit der hohlen Erde was zu tun haben könnte, dass da die Lebensformen Mechagotzilla gebaut haben. Das wäre auf jeden Fall Stoff für einen eigenen Film. Wir haben jetzt hier den Titel Godzilla vs. Kong. Ich will jetzt auch Godzilla vs. Kong sehen und nicht eine Fälschung von Godzilla vs. der echte Kong. Das will ich einfach nicht sehen und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ich denke wirklich, Mechagotzilla wird am Ende entlarvt werden und das war es dann eben. Wir haben ja auch noch hier die kleine von Stranger Things, Bobby Millie, Millie Bobby Brown. Ich werde sie auf jeden Fall mal einblenden, wie sie heißt. Die wird ja auch noch einen Sideplot bekommen und ich schätze mal, dass sie einfach Mechagotzilla enttarnen wird. Es gibt auch einen Dialog im Trailer, der glaube ich einfach nur falsch zusammengeschnitten wurde, um uns auf eine falsche Fährte zu führen. Da geht es eben darum, dass sie sagt, Godzilla verhält sich merkwürdig, weil er fühlt sich provoziert. Und daraufhin bekommt sie als Antwort, das glaube ich auch. Ich glaube, das glaube ich auch, gehört zu einem anderen Satzstück dazu. Nämlich, das gehört dann dazu, dass sie später herausfinden, das ist nicht der echte Godzilla und das sagt sie dann eben auch und daraufhin bekommt sie als Antwort, das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier so einen kleinen Schlitz-Twist reingebaut hat, weil man kennt die auch schon aus Avengers-Trailern, aus generell Marvel-Trailern machen das ja sehr gerne. Star Wars zum Teil ja auch und von daher mal abwarten, was da noch eben kommen wird. Nero hat mir dann geschrieben, Nutsuki sind die zwei Schlangen, gegen die Kong im Trailer kämpft. Danke für die Info, das hätte ich auch selber merken können, weil ich extra noch das Bild rausgesucht habe, aber du hast recht, ja. Das muss er sein, sieht zumindest genauso aus. GV11 Wolf of Lyric schreibt, er könnte sich, mit er meint er logischerweise Godzilla, Godzilla könnte sich von Mechagodzilla provoziert fühlen, da dieser normalerweise Knochen von Godzillas Rasse bzw. Familie mit eingebaut bekommen hat und er sich verarscht fühlt, da bestimmte Menschen Teile der Riesenmonster für eigene Waffen benutzen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich dachte Mechagodzilla wäre einfach nur eine Maschine eben, die vom Menschen gebaut wird. Dass die da aber richtige Körperteile von anderen Giganten mit verwurstet haben, könnte wirklich auch erklären, warum Godzilla so aggro ist. Das könnte wirklich, wirklich auch der Story failauf sein, dass man eben Mechagodzilla nimmt und der vielleicht noch gar nichts wirklich macht, aber Godzilla sich durch ihn provoziert fühlt, ihn dann eben angreift und die Szene, die wir am Anfang sehen mit Mechagodzilla, wo er quasi durch die Stadt durchkommt, ist vielleicht der Kampf Godzilla gegen Mechagodzilla und aber dann wird der weitere Verlauf auch nicht so viel Sinn machen. Wenn da schon feststehen würde, dass Mechagodzilla der Böse wäre, hätte man einen gemeinsamen Feind. Da würde es keinen Sinn machen, Kong und Godzilla gegeneinander aufzuheizen. Ich glaube, da ist noch was anderes im Hintergrund. Aber gut, auf jeden Fall interessant zu wissen, dass die da wirklich echte Körperteile in diesem Mechagodzilla verwurstet haben. Lehrlea schreibt, Ich glaube, dass die Menschen von Mechagodzilla angegriffen werden, woraufhin man Kong holt und dann kämpfen sie gegeneinander. Kong verliert, überlebt aber und bekommt eine Rückenschuppe, Platte und macht sich eine Axt. Da hört es bei mir aber schon auf leider mit der Theorie. Ich glaube nicht, dass wir im Trailer Mechagodzilla sehen. Ich glaube, das ist der echte Godzilla. Das können sie nicht bringen. Die können den Film nicht Godzilla vs. Kong nennen. Und dann haben wir aber die ganze Zeit einen falschen Godzilla vs. Kong. Das wird den größten Shitstorm aller Zeiten los treten und das würden die auch wissen. Ich meine sogar Batman wie Superman. Da war der Kampf zwischen den beiden auch total kurz. Also zu kurz, um den Film danach zu benennen. Aber da waren wir wenigstens wirklich Batman gegen Superman. Das wäre genauso, wie wenn wir einfach Batman gegen Superman kämpfen sehen. Dann zieht er irgendwann seine Maske ab und dann ist da drunter Gordon. Commissioner Gordon oder irgendjemand. Das wäre ja nicht der richtige Kampf. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier der Fall sein wird. Oliver Flossmann schreibt. Und ich glaube, das ist nur eine Theorie, die du hier aufstellst. Mechagodzilla wurde aus Genen von King Ghidorah gemacht. Daher flippt unsere Ex aus. Kann auch sein. Da wir ja am Ende vom zweiten Teil wirklich auch sehen, dass ein Kopf von Ghidorah ja gesichert wurde. Ich denke mal, da trifft beides irgendwie mit zu. Ich glaube, Mechagodzilla wird gebaut, ähm... Ja, doch mit den Genen von Ghidorah. Macht sogar Sinn. Ich glaube nicht, dass das der Mechagodzilla irgendwie aus Teilen von anderen Kaijus... Obwohl das auch Sinn machen würde, dass die anderen Kaijus ja alle verschwunden sind im Trailer. Anscheinend. Und wenn Godzilla dann eben mitbekommt, dass Mechagodzilla die alle abschlachtet nach und nach, weil er die Teile davon eingebaut bekommt... Irgendwas könnte da schon dran sein. Nozuki ist im Trailer zu sehen, bekomme ich hier sehr oft. Und das mit Nozuki habe ich eben wirklich übersehen. Es ist ganz klar, es sind die beiden Schlangen anscheinend. Nozuki ist wohl nicht nur ein Monster, sondern eine Monsterrasse. Da würde ich auch mal ganz gerne wissen, wie sieht das eigentlich aus mit Godzilla und Kong? Sind das Rassen? Also klar, es sind beides Kaijus. Aber gibt es die Rasse Godzilla und gibt es die Rasse Kong? Weil eben auch gesagt wird, es gibt einen Krieg zwischen den beiden. Es müssen ja also irgendwie zwei Völker sein, mindestens. Und das sind die beiden letzten Überlebenden. Das heißt, es ist schon ein Unterschied da zwischen einem Godzilla, einer Echse oder auch allen anderen Kaijus, die wir bisher gesehen haben... ...und einem Kong. Und ähm... Da würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwelche Informationen habt, eventuell, dass ihr sagt... Hier, pass mal auf, das Ganze sieht so und so aus. Godzilla ist eine eigene Rasse oder eben dann nicht. Ich finde deine Theorie gut, aber ich glaube, dass Godzilla nicht sterben wird, weil ich nicht wüsste, wie man Godzilla töten kann. Ist der so unsterblich? Weiß ich nicht. Ähm... Deswegen glaube ich, dass keiner sterben wird und die beiden zusammen gegen Mechagotzilla, Ghidorah, äh... ...wieder zum Leben erweckt werden und beide nur zusammen... Du hast jetzt hier dich aber gerade ein bisschen selber widersprochen. Du hast eben noch gemeint, du glaubst nicht, einer von beiden wird sterben. Glaubst aber dann, ähm... Deswegen glaube ich, dass keiner sterben wird und die beiden zusammen gegen Mechagotzilla oder Ghidorah wieder zum Leben erweckt werden. Wenn keiner von beiden stirbt, müsste keiner zum Leben erweckt werden. Ähm... So, ich verstehe, was du meinst. Ich... das ist, ja, irgend... Ich habe jetzt auch schon, ähm... Ein Video gesehen von Sebastian von Filmstarts, in dem er auch gesagt hat, er geht davon aus, dass diese ganze Szene, ähm... Mit dem leuchtenden Boden, mit dem Godzilla-Kopf, wo ich gesagt habe, da wird er wiederbelebt, dass das wohl in der Vergangenheit spielt. Und ich glaube das tatsächlich inzwischen auch, dass das die Vergangenheit ist, ähm... Weil ja eben auch von dem Krieg geredet wird, den es früher gegeben hat. Und ich denke mal, den werden wir auch in dem Film sehen. So, das waren einfach nur ein paar Kommentare, die ich noch loswerden wollte, jetzt hier in dem Video zum Abschluss. Ab jetzt lassen wir den Trailer erstmal komplett brach liegen. Ähm... Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mir eben die ganzen Filme und alles angucken werde. Dass ich mir jetzt erstmal komplett auf das Thema Godzilla fokussieren möchte. Und mir dann deswegen eben die ganzen Filme anschaue und alles drum und dran. Die Serien. Und ich habe mir auch schon so ein paar Livestream-Ideen irgendwie überlegt. Man könnte es ja so machen, ähm... Dass ich mir die Filme... Also die Ursprungsidee war gewesen, dass ich mir die Filme alle nach und dann angucke. Dann eine Reaction darüber hochlade, ähm... Wie ich eben zum allerersten Mal diese Filme dann gucke. Und eine Nachbesprechung danach auch nochmal hochlade. Das heißt pro Film quasi zwei Videos. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir aber die Nachbesprechung zusammen in einem Livestream machen. Das wäre eben auch noch eine Option. Da muss ich aber dann eben erstmal schauen, wie das Ganze ankommt. Ob wir auch dann genug Zuschauer wirklich haben, die mitdiskutieren. Wenn das eben dann nicht der Fall wäre, würde ich einfach eben nur einzelne Videos hochladen nach und nach über die Filme. Wie gesagt, eben zwei Videos pro Film. Da war nur ein Finger zu sehen. Zwei Videos pro Film. Und, ähm... Das wäre eben dann auch noch eine Idee. Dazu habe ich noch die Idee gehabt, wenn, äh... Godzilla vs. Kong wirklich nicht im Kino laufen sollte. Ob man da ebenfalls noch einen Livestream, ähm... Machen würde. Da würde ich sogar über Discord vielleicht noch zwei oder drei Leute von euch mit dazu einladen. Die dann mitquatschen können richtig. Ähm... Ich werde noch einen Kollegen dann von mir mit dazu holen. Und... Da könnte man das Ganze eben live dann zusammen gucken. Auch im Chat dann eben ein bisschen schreiben. Ganz wichtig ist, es wird nicht auf Pause gedrückt. Wenn wir das machen sollten, ähm... Überlegt euch irgendwas, wenn ihr aufs Klo gehen müsst. Legt euer Handy aufs Klo. Während der Film da auch mitläuft zeitgleich. Dann passt das auch schon. Aber sollte das Kino, ähm... Geöffnet haben, werde ich den Film auf jeden Fall im Kino gucken wollen. Deswegen war das nur so ein Vorschlag von mir. Wenn es soweit kommen sollte, dass die Kinos noch nicht offen haben. Dann geht erstmal weiter jetzt hier mit meinen Plänen über das Thema Godzilla. Weil das musste ich auch nochmal separat gliedern, wie ich das Ganze jetzt mache. Ich habe mir gedacht, ähm... Es kommt auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Sobald wir die 100 Abonnenten geknackt haben. Und, ähm... In dem Gewinnspiel soll es einfach nur darum gehen. Dass wir jetzt, wo wir festgelegt haben, dass wir erstmal Team Godzilla sind. Und Kong einfach nur Scheiße finden. Solange bis das alles wieder umgedreht wird. Ähm... Wie entweder das Ganze über meine E-Mail-Adresse zu schicken. Über meinen Instagram-Account zu schicken. Ähm... Wie auch immer in die Kommentare rein zu hämmeln. Und dann wird dann da eben einfach mal was ausgelost. Da werde ich dann auf Instagram eine offizielle Verlosung dann machen. Unter den vier für mich besten Vorschlägen von euch. Und da kann man eben dann abstimmen. Und der Beste hat dann eben gewonnen. Was genau du gewonnen hast, äh... Kann ich dir da noch nicht sagen. Das werde ich mir bis zum nächsten Video überlegt haben. Es wird wohl auf etwas zum Thema Kong vs. Godzilla hinauslaufen. Was auch Sinn ergibt, denke ich mal. Und das werde ich dann auf meinem Instagram-Account auf jeden Fall da mal vorstellen. Was ihr dann da gewinnen könnt. Und euch auch im nächsten Video natürlich dann auch erklären. Was das dann eben sein wird. So, ich glaube dann bin ich auch schon durch mit meiner Liste hier. Ähm... Kommentare von euch habe ich vorgelesen. Genau, die ganzen Filme werde ich, äh... Gucken, mit euch zusammen nochmal besprechen. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ob das was wäre oder ob das eine blöde Idee ist. Ähm... Und wenn ich mit dem ganzen Godzilla-Kram fertig bin, kommt dann eben dann der ganze... Der ganze... Der ganze Kong-Universum mit dazu. Ich werde, ähm... Aber sowohl, äh... Sowohl, äh... Die Filme als auch die Serien als auch die Spiele besprechen. Äh... Die Spiele werden wahrscheinlich aber alle in ein Video reingepackt werden. Alle in ein Video abgearbeitet. Es sei denn diesen wirklich so komplex, dass es sich lohnt, über jedes einzelne Spiel ein eigenes Video zu machen. Was ich aber irgendwie nicht glaube. So, das war's soweit von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt hier, auch wenn es jetzt hier weniger um das Thema Kong und Godzilla ging, als mehr um meine zukünftigen Pläne mit dem Kanal. Bleibt auf jeden Fall weiter fleißig mit dabei. Kommentiert, was das Zeug hält. Und, ähm... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.